Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer, heute zeige ich euch 5 Basic Automationen, die wirklich in keiner Home Assistant Installation fehlen sollten. So, bevor es jetzt aber losgeht, noch ganz kurz zur Community-Frage, um euch als meine Community ein bisschen besser kennenzulernen. Und da möchte ich heute von euch wissen, seht ihr euch eher noch so als Beginner oder doch schon ein bisschen mehr als Fortgeschrittene? Deswegen schreibt einfach mal Hashtag Beginner oder Hashtag Fortgeschritten unten in die Kommentare. So, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der allerersten Automation, die bei keinem fehlen sollte. Und das ist die Automation, wenn ihr nicht mehr zu Hause seid, dann soll sämtliches Licht in der Wohnung ausgeschaltet werden. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt reingehen unter Einstellungen, Automatisierungen, hier rechts unten auf Automatisierung erstellen, erstellen da eine neue Automatisierung. Und als Auslöser benötigt ihr natürlich euren Zuhause-Status. Diesen könnt ihr über ganz, ganz viele verschiedene Dinge herausfinden. Ich habe euch da mal fünf in dem Video zusammengestellt. Ich blende euch das hier jetzt mal kurz ein. Rechts oben ist es verlinkt, da könnt ihr euch das Video aufrufen und die für euch beste Möglichkeit raussuchen. Hier als Auslöser verwende ich jetzt einfach mal meinen Helfer, den ich mir erstellt habe, der Zuhause heißt und sage, wenn hier Zuhause aus ist, also wenn ich nicht mehr Zuhause bin, wenn der von an zu aus wechselt, dann soll die Automatisierung gestartet werden. Und als Aktion verwenden wir hier einfach, wir geben hier Licht ein und sagen Licht ausschalten, denn umschalten wäre in dem Fall falsch, weil wenn irgendeins nicht eingeschaltet ist, würde es ja eingeschaltet werden. Von dem her Licht ausschalten und dann habt ihr hier natürlich wieder mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt die verschiedenen Bereiche definieren. Können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen Bereich Keller, Bereich Flur, wie auch immer. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze machen könnt. Wenn ihr nicht so fahrlässig schlampelt, wie auch immer seid, wie ich, habt ihr natürlich bei all euren Lichtern das Label Licht vergeben. Ich habe gar kein einziges Label vergeben, deswegen bin ich hier nicht drin. Aber das wäre natürlich der Idealfall, bei jeglichen Lichtern, die ihr in eurer Home Assistant Instanz angelernt habt, das Label Licht zu vergeben. Denn dann könntet ihr einfach sagen, alles, was das Label Licht trägt, soll in dem Moment ausgeschaltet werden. Ihr könnt aber auch nach Geräten und Entitäten auswählen. Und unter Entitäten gibt es dann noch so eine kleine Eigenheit, denn ihr könnt euch auch Lichtgruppen erstellen. Zeige ich euch auch mal ganz kurz, wie das geht. Und zwar geht ihr unter Geräte und Dienste, unter Helfer, erstellt einen neuen Helfer. Geht hier dann auf Gruppe und könnt hier eine Lichtgruppe erstellen. In der könnt ihr dann einen Namen geben und so viele Lichter hinzufügen, wie ihr möchtet. Und diese Lichtgruppen ist bei mir zum Beispiel die Bartlichter, ist so eine Lichtgruppe. Die könnt ihr natürlich auch hinzufügen. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit, Lichter so zusammenzufassen, wie ihr das Ganze möchtet. Also diese Möglichkeiten gibt es, um alle Lichter auszuschalten. Die einfachste ist, glaube ich, tatsächlich, wenn ihr brav alle Label vergibt und nicht so schlampig seid, wie ich in dem ganzen Thema. Und damit könnt ihr dann, wenn ihr eben nicht mehr zu Hause seid, alle Lichter ausschalten. Ja, die zweite Automatisierung, die auf wirklich gar keinem Home Assistant System auch fehlen sollte, ist das automatische Backup. Ein automatisches Backup sollte in jeder Instanz vorhanden sein, dass ihr im Notfall, wenn irgendwas mit eurer Hard- oder Software ist, einfach aufs vorherige Backup zurückgehen könnt. Und für den Auslöser erstellen wir uns hier auch wieder einen Helfer. Wir gehen in Einstellungen Helfer erstellen und nehmen hier den Helfer Zeitplan. Denn der Zeitplan ist hierfür einfach das Beste, denn ihr braucht nicht täglich um dieselbe Uhrzeit das Ganze machen. Ich zum Beispiel in meinem Fall mache das Ganze am Sonntag in der Früh um 1 Uhr. Den Zeithelfer nennen wir jetzt einfach mal Backup Test und sagen erstellen. Dann haben wir den Zeithelfer erstellt und können hier in den Auslösern einfach den Zustand von Backup Test Schedule nehmen und sagen, wenn der einschaltet, nämlich in dem Moment, wo diese Zeit am Sonntag eintritt, schaltet sich der ein. Da soll das Ganze ausgeführt werden. Und als Aktion hier gebt ihr einfach ganz simpel Backup ein und könnt hier sagen Home Assistant Supervisor erstelle ein vollständiges Backup. Gehen hier drauf, können hier noch so ein paar Sachen mitgeben, auch wohin das Ganze gesichert werden kann und so weiter und so fort. Ich sage mal, in eurer Grundinstallation habt ihr wahrscheinlich noch kein NAS verbunden. Wenn euch das Thema weiter interessiert, blende ich euch jetzt hier auch wieder ein Video ein, wie ihr das Ganze dann auf dem NAS und so weiter machen könnt. Video ist rechts oben verlinkt, da könnt ihr euch das Ganze wirklich in Ruhe anschauen, was es da noch für weitere Möglichkeiten gibt. Aber die Basic Automatisierung einfach ein vollständiges Backup. Einmal die Woche zu erstellen, sollte auf jeden Fall bei jedem vorhanden sein. So, als dritte Automation, die denke ich nirgendwo fehlen sollte, ist ein Wecker vorhanden, der einfach alles macht, was morgens auch passieren soll. Mit eurem Wecker zusammen, also das ist nicht nur der reine Wecker, sondern da kann man ganz viele Sachen reinmachen, wie eine guten Morgenansage, die einem Verkehr, Wetter, Termine ansagt und so weiter und so fort. Ihr könnt eventuell, wenn ihr im Homeoffice seid, euren Computer automatisiert einschalten lassen, alles drum und dran. Aber für mich ist das der Wecker oder die Wecker Automatisierung. Und hier als Auslöser verwenden wir jetzt mal ganz Basic, weil ich ja gesagt habe, wir halten es Basic, die Zeit. Und sagen zum Beispiel, ihr wollt unter der Woche immer um 8 Uhr morgens, wie auch immer. Wobei, wahrscheinlich hat die Zeit, sagen wir mal, 7 Uhr morgens, möchtet ihr unter der Woche geweckt werden. Jetzt ist aber das Problem, ihr könnt hier nicht einstellen, ob das Ganze ein Werktag ist oder nicht. Und hier empfehle ich euch auf jeden Fall, wir gehen unter Einstellungen, unter Geräte und Dienste, fügen eine Integration hinzu und die nennt sich Werktag. Diese Werktagsintegration könnt ihr hinzufügen. Ihr gebt dort das Land ein, geht auf Absenden und könnt hier tatsächlich angeben, falls ihr irgendwie montags nicht arbeitet, dafür Sonntag oder wie auch immer, ihr könnt hier eure Werktage festlegen, noch dazu könnt ihr Versatz angeben, ist jetzt nicht so wichtig, Feiertage hinzufügen. Hier könnt ihr über Datum und Zeit zum Beispiel euren Urlaub oder Krankheitstage oder so weiter hinzufügen. Unterteilung des Landes ist in dem Fall noch ganz wichtig, dass ihr hier bei mir ist zum Beispiel Bayern euer Bundesland angebt, denn wir haben ja bundeslandabhängige Feiertage, so rum. Und das ist noch ganz wichtig, dass ihr die hier mit angebt, damit ihr dann zum Schluss zu euren Feiertagen auch nicht geweckt werdet. Ich schließe das Ganze jetzt hier und speichere es nicht, weil ich schon einen Werktagssensor bei mir eingerichtet habe. Wenn wir den mal öffnen, Moment, wenn wir hier mal jetzt konfigurieren, reingehen, seht ihr schon ganz viele Urlaubstage von Anfang 2023. Kann ich auch mal langsam rauslöschen, aber wie gesagt, Deutschland, Bayern habe ich hier eingegeben und die normalen Werktage, die sind bei mir ganz normal. Von dem her ist er bei mir auch so eingerichtet. Und diesen Werktagssensor gebt ihr dann in der Automatisierung bei Bedingungen ein und zwar auch wieder über Zustand. Und bei mir nennt sich der Workday, weil er so alt ist, dass ich zu der Zeit noch keinen Namen dafür vergeben konnte. Aber wenn der Workday-Sensor an ist, dann soll das Ganze passieren. In dem Moment soll dieser Wecker eben ausgeführt werden. Und wie vorhin schon gesagt, unter Aktionen könnt ihr hinzufügen, was ihr wollt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ihr Schicht arbeitet, was auch immer, dass das alles auf euch nicht passt. Dafür blende ich euch jetzt hier auch mal wieder ein Video ein, wo es noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, Wecker auszulösen. Wenn euch also diese Basic-Automation für eure Gegebenheiten nicht ganz reicht, schaut da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wie ihr die Wecker auslösen könnt. Ja, und die fünfte Automation, die in keiner Instanz fehlen sollte, solange ihr elektronische Rollläden habt, weil anders funktioniert es leider nicht, wäre die Rollläden automatisch mit der Sonne zu öffnen und mit Sonnenuntergang wieder zu schließen. Da würde ich sagen, gehen wir auch mal rein. Ich zeige es euch mal ganz schnell unter Einstellungen. Es gibt die Entität Sonne, die ist meines Erachtens nach standardmäßig installiert. Falls nicht, könnt ihr die hier einfach über Sonne installieren. Bei mir sagt er, jetzt geht nicht, weil die nur einmal vorhanden sein darf. Ganz klar, aber dann habt ihr die Entität Sonne und die verwendet ihr tatsächlich hier als Auslöser. Und könnt ihr eben sagen, entweder zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang soll etwas passieren. Und dann fügt ihr als Aktion hinzu. Rollläden würde ich tatsächlich über das Gerät machen, auch wenn ich normal von Entitäten überzeugt bin. Aber hier macht es tatsächlich ein bisschen mehr Sinn, weil ihr hier eine Position angeben könnt, falls ihr irgendwas nicht ganz auf- oder ganz zufahren möchtet. Ihr könnt entweder Position setzen oder ihr könnt gleich sagen, öffnen, schließen. Stoppen macht keinen Sinn, aber ihr könnt gleich sagen, ob ihr es öffnen oder schließen möchtet. Wenn ihr es über Position macht, ganz wichtig zu wissen, Rollläden werden immer mit dem Öffnungsgrad angezeigt. Das heißt, ein 0% Öffnungsgrad, wie hier heißt, das Rollo ist geschlossen. Ein 100% Öffnungsgrad heißt, das Rollo ist komplett offen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, dass hier eben nicht 0 heißt, es ist offen und 100 ist es geschlossen. War bei mir am Anfang so ein Denkfehler, deswegen nochmal erklärt. Hier wird der Öffnungsgrad des Rollladens verwendet. Ganz wichtig, auch wenn ihr eure Rollläden zum Beispiel nach Helligkeit oder gewissen Sachen regeln möchtet, verlinke ich euch jetzt auch mal ein Video, blende euch das hier ein. Da habe ich euch, glaube ich, 5 Möglichkeiten waren es gezeigt, wie ihr eure Rollläden auch tagsüber regeln könnt. Über Außenhelligkeit, dass ihr nicht geblendet werdet und so weiter und so fort. Und vor 2-3 Wochen, ich kann leider nur 5 Videos verlinken, aber vor 2-3 Wochen habe ich ein Video gemacht zum Thema Trigger-IDs. Denn ihr könnt hier in diesem Fall tatsächlich auch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang gleichzeitig in einer Automation hinzufügen. Fügt dann eben über ID bearbeiten, die Trigger-ID und könnt unten dann über Auswählen sagen, wenn der Sonnenaufgang ist, sollen die Aktionen öffnen aller Rollläden passieren. Und wenn der Sonnenuntergang ist, sollen die Optionen schließen aller Rollläden passieren. Wie gesagt, also unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch auf jeden Fall das Video zu den Trigger-IDs. Hier jetzt nochmal rechts oben verlinken, funktioniert leider nicht, weil ich nur 5 rechts oben verlinken kann. So und die Nummer 5, last but not least, ist die Basic-Lichtautomation über einen Bewegungs- oder Präsenzmelder. Fasse ich hier zusammen, natürlich ist Bewegungs- und Präsenzmelder ein bisschen was anderes. Der eine misst eure Anwesenheit auch ohne Bewegung, der andere braucht immer Bewegung. Aber wie gesagt, ich fasse es jetzt hier zusammen und wir sagen jetzt einfach mal Auslöser hinzufügen. Und auch hier nehmen wir wieder den Zustand. Nehmen wir einfach mal den Bewegung-Keller. Das ist jetzt in dem Fall tatsächlich vollkommen egal, wenn der einschaltet, also wenn Bewegung erkannt wird. Bei manchen Bewegungs-Meldern steht hier dann auch erkannt und so weiter und so fort. Schauen wir mal, wenn man jetzt, schauen wir mal, schauen wir mal, BWM-Flur, da haben wir nämlich erkannt, das ist so ein Standard-Bewegungs-Melder-Bewegung erkannt. Wenn eine Bewegung erkannt wird, dann Aktion und hier sind wir im Flur. Dann das Licht einschalten, Entitäten auswählen, mache ich jetzt hier in dem Fall nicht, dass mein Licht gleich rumspinnt. Also hier Entitäten auswählen, wobei können wir machen, solange ich nicht speichere, sagen wir einfach, Flur soll eingeschaltet werden. Und jetzt wirklich für die Basic-Bewegungs-Melder-Automatisierung ist hier am besten, ihr verwendet ein Warten auf einen Auslöser. Und hier sagen wir, der Auslöser ist der Zustand wieder des Bewegungs-Melders im Flur. Welchen hatte ich da oben? Nein, den ohne 1. Da haben wir einen Bewegungs-Melder-Flur. Und wenn der zu dem Zustand normal, also keine Bewegung erkannt, wechselt und hier ganz wichtig, ich würde hier eine Zeit einfügen, dass nicht sofort das Licht ausgeht, wenn er keine Bewegung mehr erkennt. Deswegen sagen wir, eine Minute lang keine Bewegung, wenn das erkannt wird. Und direkt hinterher fügen wir die Aktion Licht ausschalten ein, nehmen hier wieder die Entität Flurlicht. Und damit ist die Basic-Bewegungs-Melder-Automatisierung auch fertig. Timeout lasst ihr hier bitte auf komplett 0. Und bei Timeout fortsetzen machen wir aus. Also es darf erst weitergemacht werden, wenn diese Bedingung zutrifft. Es gibt kein Timeout, von dem her lassen wir das aus und stellen hier alles auf 0. Dann passt das auf jeden Fall. Und ganz easy, Licht schaltet ein, wenn Bewegung erkannt wird. Dann wird wirklich gewartet, bis eine Minute lang keine Bewegung ist. Und sobald das eintritt, wird das Licht wieder ausgeschaltet. Ganz Basic-Bewegungs-Melder-Automatisierung ist immer funktional und gar kein Problem. Wenn ihr hier weitergehende Licht-Automationen möchtet, auch hier verlinke ich euch jetzt rechts oben ein Video und blende euch das Ganze hier mal kurz ein. Da habe ich fünf Licht-Automationen zusammengefasst, wo dann auch drei wirkliche Bewegungs-Melder-Automationen, die auch ein bisschen weitergehend sind, als diese gezeigt werden. Also wenn ihr da Interesse dazu habt, auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist auch ein richtig gutes Video. Ja, das waren meine fünf Basic-Automationen, die in keiner Home Assistant-Installation fehlen sollten. Wenn euch noch Automationen einfallen, die wirklich niemandem fehlen sollten, schreibt sie sehr gern unten in die Kommentare, damit auch die anderen User und Zuschauer was davon haben. Hier noch ein kurzer Aufruf. Wenn ihr Automationen habt, die ich mal der Community vorstellen soll, dann schickt sie bitte an diese E-Mail-Adresse, die ich euch hier gerade einblende. Ansonsten natürlich wie immer Video liken, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Fragen wie immer sehr gern unten in den Kommentaren oder auf Discord. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.